Einstellung der Saphir Allstar Großfeder Zinknäcke Unterlenker in der Länge kontrollieren, gegebenenfalls per Spindel anpassen, dass beide Seiten gleich lang sind. Unterlenker im Seitenspiel fixieren. Maschine ankuppeln, Strom- und Hydraulikverbindungen anlegen. Rahmen parallel zum Boden einstellen, gegebenenfalls per Oberlenker einstellen. Die Arbeitstiefe wird durch Abstecken des Packerarmes mit dem oberen Bolzen eingestellt. Rahmenlage nochmals während der Fahrt kontrollieren, gegebenenfalls über den Oberlenker anpassen. Arbeitstiefe kontrollieren, gegebenenfalls anpassen. Nach Erreichen der gewünschten Arbeitstiefe die Packerarme per Absteckbolzen auch nach unten fest abstecken. Abschließende Kontrolle des Arbeitsergebnisses, gegebenenfalls anpassen, ansonsten arbeiten. Mit der stecken hat noch viel Spaß mitmachen. Nach Er triangles hängen. Aber zum Glück,izada